Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, wie man mit Microsoft Excel den Bitcoin analysiert. Wie bin ich auf dieses Video gekommen? Und zwar, jeder redet über Bitcoin und ich dachte mir, ob sich Microsoft Excel für eine Analyse von Bitcoin eignet. In diesem Video sehen wir uns an, wie du die aktuellen und historischen Bitcoin Preise in Excel bekommst und wie du diese entsprechend in einem Diagramm visuell darstellen kannst. Wie soll das Endergebnis letztlich aussehen? Das soll folgendermaßen aussehen und zwar, wenn wir uns auf der Webseite von TradingView den Bitcoin in US-Dollar darstellen lassen, so erkennen wir eine schöne Grafik und genau das wollen wir auch in Microsoft Excel analysieren bzw. so wie hier darstellen. Diese Art von Diagramm wird im Finanzbereich als Candlestick Diagramm bezeichnet und ich möchte dir zeigen, wie man diese in Microsoft Excel erstellt. Darüber hinaus auch historische Werte, wie erwähnt, sowie den aktuellen Bitcoin Preis. Wir starten ganz von Beginn an, damit man jeden einzelnen Schritt nachvollziehen kann. Gut, ich starte mit einem neuen Arbeitsblatt und werde im ersten Schritt den Bitcoin Preis nach Microsoft Excel importieren. Dazu müssen wir uns zunächst überlegen, in welcher Währung wir den Bitcoin Preis darstellen möchten. Üblicherweise ist er in US-Dollar, es gibt aber auch die Möglichkeit, diesen in Euro darzustellen. Ich gebe nun ein, als Ticker den Bitcoin in Euro. Nun gibt es in Microsoft Excel die Möglichkeit, im Bereich der Daten, beispielsweise Datentypen zu verwenden, die standardisiert sind, unter anderem Organisation, Aktien, Währung oder Geografie. In unserem Fall möchte ich sozusagen den Bereich der Währung verwenden. Ich klicke auf diesen und Microsoft Excel kann anhand dieses Tickers bereits erkennen, um welches Instrument es sich handelt. Das zeigt sich durch dieses kleine Symbol hier rechts oben und darin kann ich dann viele unterschiedliche Datenpunkte auswählen, beispielsweise die Währung, den Schlusskurs vom Vortag oder eben den Preis, den wir uns ausgeben möchten. Wie wir nun sehen können, beträgt nun ein Bitcoin in der Währung Euro 28.000 Euro. Er war, soweit ich weiß, schon mal höher. Nichtsdestotrotz werden wir uns die Analyse dennoch im Detail ansehen. Gut, das bedeutet, wir können nun den aktuellen Bitcoin Preis in Excel importieren. Wir können diesen jederzeit auch aktualisieren und sehen, dass bereits der Preis wieder ein anderer ist. Nun möchte ich aber auch historische Bitcoin Preise nach Excel importieren und dazu gibt es eine spezielle Funktion in Microsoft Excel, die uns das ermöglicht. Das bedeutet, du ersparst dir jede Menge Arbeit und Zeit, diese nicht über das Internet mühsam zusammenzusuchen und in unterschiedlichen Formate zu konvertieren. Nein, du kannst es mit einer Funktion in Microsoft Excel importieren. Und zwar nennt sich diese Funktion Börsenhistorie. Diese Funktion setzt sich aus mehreren verschiedenen Parametern zusammen. Als erster Parameter wird die Aktie genannt. Das ist leicht verwirrend, da es sich in unserem Fall um keine Aktie handelt, sondern man kann es so interpretieren, dass es sich um ein Finanzinstrument handeln soll. Das kann eben auch ein Währungstyp bzw. auch ein Bitcoin sein. Nun können wir diesen dann entsprechend selektieren und können dann auch in die weiteren Parameter das Startdatum, das Enddatum, das Intervall, ob du tägliche, wöchentliche oder Monatskurse verwenden möchtest. Du kannst diese Parametrisierung direkt in dieser Formel einsetzen oder eine weitere Möglichkeit ist es, diese einzelnen Parameter herauszulösen und einzugeben. Wie würde das aussehen? Das würde in dieser Form aussehen. Ich rücke diesen Bereich nach rechts, nenne das unsere Aktie. Dann haben wir noch den Datumsbeginn. Wir werden uns den Preis ansehen von 2020 bis heute. Und da bediene ich mich einer Standardfunktion und zwar der Heute-Funktion. Und ich möchte das Intervall, dieses wird definiert mit 0, was tägliche Kurse sind, 1 für wöchentliche und 2 für monatliche. In meinem Fall werde ich mal die wöchentliche Kurse verwenden. Das bedeutet, ich setze hier eine 1 und kann nun entsprechend die Börsen-Historie-Funktion nun anwenden. Ich gebe nun die Aktie an. Als nächstes das Startdatum, Datumsende. Nun die Auswahl täglich, wöchentlich oder monatlich. Wir verwenden die 1 für Wochenkurse. Dann können wir noch angeben, ob wir auch die Überschriften mit anzeigen wollen. Ja, das wollen wir. Und nun gehen wir mit der 0 das Datum an. Das bedeutet, wir erhalten nun für die entsprechenden Kurse eine Darstellung. Nun bekomme ich eine Fehlermeldung, da mir noch ein Parameter in der Formel fehlt. Und zwar gibt es noch Eigenschaften. Eigenschaften sind sozusagen die Auswahl, ob du den Höchstkurs, Tiefkurs, den Schlusskurs, den Eröffnungskurs anzeigen lassen möchtest. In unserem Fall möchten wir den Schlusskurs darstellen. Ich gebe das an und erhalte nun entsprechend den gesamten Preis, nicht in US-Dollar, sondern in Euro. Von 2019 an bis zum heutigen Tag in Microsoft Excel. Es handelt sich dabei um ca. 200 Datensätze. Und wir sehen, dass wir auf Basis dessen alle historischen Werte sehr unkompliziert nach Microsoft Excel importieren können. Als nächstes werde ich nun diese Candlestick-Grafik verwenden. Dazu wechseln wir in das Menü auf Einfügen und suchen uns darin entsprechend ein Diagramm aus. Und zwar gibt es hier Statistik-Diagramme und auch Kurs-Diagramme. Ich möchte nun diesen Candlestick verwenden. Und zwar nennt sich auf Deutsch übersetzt Eröffnungshöchst, Tiefs- und Schlusskurs. Das bedeutet, mit der aktuellen Historie von den Kursen können wir das noch nicht darstellen. Wir müssen nun entsprechend unserer Datenbasis diese erweitern auf den Eröffnungshöchst, Tiefs- und Schlusskurs. Wichtig dabei, es muss auch die Reihenfolge eingehalten werden. Nun können wir das relativ einfach anpassen. Und zwar wollen wir den Eröffnungskurs, dann den Höchstkurs, den Tiefskurs und dann zu guter Letzt den Schlusskurs. Nun haben wir das entsprechend in unserer Darstellung und können nun diese Werte in dem besagten Candlestick-Diagramm darstellen. Ich wechsle wieder aufs Diagramm-Einfügen-Menü und gebe dort nun entsprechend den Eröffnung, Höchst, Tiefs- und Schlusskurs an. Nun erhalten wir diesen Bereich und ich merke, es sind sehr viele Datenpunkte und werde nun von der Wochenbasis einfach auf Monatsbasis umschalten. Und das Diagramm passt sich entsprechend an. Zu guter Letzt möchte ich noch die Auswertung optimieren und zwar können wir zum Beispiel jene Monate mit einem Negativkurs nur farblich einfärben und zwar sind das rote Balken sowie steigende Kurse mit grünen Balken. Nun haben wir entsprechend eine schöne Darstellung unserer Bitcoin-Auswertung. Ich hoffe ich konnte dir damit zeigen, wie du in Microsoft Excel den Bitcoin analysieren kannst und falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg. Alles Gute und ganz viel Erfolg. Williams